ja herzlich willkommen auf dem Kanal von MasterSkiller hier zu Let's Play Minecraft und mit dabei heute ist Willy und Marki und Loris und ja das feierliche nach der letzten Aufnahme ist direkt also ich hab Stop gedrückt und auf einmal war dann perfekt das Internet weg als ich dann die Aufnahme pausiert hatte man so wir machen jetzt hier direkt weiter mit der Höhlenerkundung danke fürs Ausleuchten ich hab gerade die Gefängnis gesehen erbar ich hab ein Babo als rechter Flügel Geil Lor ey ihr stofft mal das Wasser macht mal Wasser zu Junge ihn gibt Oh mein Gott Mann Junge halt's Maul feier dich nicht zu hart was denn er ist transferiert und ihn gibt es jetzt als rechten Flügelspüler Geil Lor ey Mann kannst du mal das Wasser jetzt ja toll los ja ich bin mir halt ein bisschen unfähig Mann der ist heftig ja juckt uns aber nicht weil wir gerade Minecraft alter Junge guckst dir an guckst dir einfach an guckst euch einfach an wo ist Eisen da perfekt guckst euch an ist also klar dass es passiert kommt Leute runter 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 auch Raylo ist bei euch ja okay war bei allen also alter Junge wie fett das hier einfach ist ja erst mal die Nebengänge erst mal die Nebengänge abgrasen aber ich weiß nicht mal Luka sagen mein Hirn versagt gerade schon wieder hey Luka hast du noch ja hier waren wir okay hier waren wir noch nicht ich glaube hier ist die zombies hier waren wir aber noch nicht hier waren wir noch nicht Leute erst mal die ganzen Nebengänge abforsten die ganze die ganze Kohle alles war richtig ja die ganze Kohle Achtung willi 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 hinter dir willi willi so schön vorsichtig Jungs ja ich habe keine Fackeln mehr das macht mir ja komm her komm her ich habe Sticks und Kohle also du hast wahrscheinlich auch Kohle aber weil ich gehe mal erst mal nach unten aber wo bist du warte warte ich bin hier und alter wie fett Junge das dauert Jahre das abzuforsten ja alles pass auf hier ist aber Lava ja weiß ich weiß du nimm mal da oben das Kohle noch mit oh man wenn ich hier ran habe ich jetzt auch keinen Bock zu ja toll mag ich davor noch zu uns sagen ja ey Leute ich habe jetzt wieder genügend Mann nein haben wir nichts es ist auch wieder in Sekunden schneller aufgebraucht oder wir haben niemals geschehen das hat ich immer das können wir uns nicht leisten wir mal kurz hier in Sticks Junge alter wie groß eine jahre hier sieben Sticks reichen ich habe aber auch nicht mehr so viele Fackeln ja ich kann aber gleich das sechs machen Junge ey alles mitnehmen ja wirklich alles mitnehmen Jungs waren es nur noch drei jetzt noch Eisen nein nein hier ist noch Kohle ey wie viel Kohle ich finde ne ja Kohle ist einfach früher war ja Kohle gar nicht so äh also früher war Kohle zu finden ungefähr so als hätte man Eisen gefunden ne und jetzt ist einfach Kohle einfach nur nicht mehr normal wie oft man das findet Junge wer setzt denn hier eine Fackel und nimmt dann die Kohle nicht mit alter Marki kannst du bitte mal jetzt auch Kohle fahren so ein komischer junge Mensch oh Kohle 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 feierlich hier ist einfach so ein komischer Riss direkt drinnen wo man direkt einfach runter fallen kann was ist das denn für eine Scheiße aber da ist ein Creeper wie er da harzt ohne sich zu bewegen gut feierlich okay sonst scheint hier eventuell nichts zu sein oder 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 aber hier waren wir schon aber jetzt keiner Kohle mitgenommen wieder alter Junge es ist so krank alter das ist schon echt krank gerade Willi wie viel Kohle hast du 2 Sticks und 22 geil Alter okay Kohle dürfte es jetzt nicht mangeln an Kohle lass mal noch eine große Lagerhalle bauen wo wir dann auch so wirklich Truhen beschriften wo was ist also so Kohle Erz und so wisst ihr das müssten wir eigentlich auch mal bauen nö das klappte ich nicht okay dann wird Marki halt dort ausgeschlossen so aber ich glaube hier waren wir schon mal aber hier waren wir auch zu voll die Kohle mitzunehmen Mensch 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 das darf nicht so enden wo harzt ihr denn schon ja Junge es sind so viele Nebengänge einfach warte aber ich glaube ich sehe an ich glaube dass es treibt wenn ich sehe oder weiß ich nicht so Junge alter okay jetzt jetzt muss ich vorsichtig sein dann hat er das mal Erde oder so aber ich habe Stein Wasser Steine so noch verdammte Scheiße ich versagt warte kurz aber da drunter ist keine Labe okay hier gehe ich aber mal noch nicht lang warte haben wir das Kabel gebaut Scheiße ja das haben wir nicht in Luka ja hier ich sehe ich aber ich bin nicht so weit weg ach da hinten hier ist auf jeden Fall noch gut Kohle dass man da durchgehen Knut oder ich auch für so dann komme ich jetzt mal wieder zu euch nachher jetzt mal zu bauen hier Barz denn erst mal hart die Kohle gönnen Knecht das war jetzt Knecht vielleicht ihn ah da oben ist noch Kohle Kohle alles klärchen da kommt die Kohle durch Alter oh Gott hey Loris bist du hier eigentlich auch drinnen in der Party gerade ja aber ich muss gerade mein Pferd wieder einfahren oh Junge f*** das ist geschissen ach was ach wenn die da drunter ist aber ja äh Mann ey dass wir in dieser riesigen Höhle nicht einen Diamanten gefunden haben das macht mich traurig Alter wir haben 6 Diamanten gefunden ja ja aber das war noch in der Mine nein das war in der Höhle es war so Hälfte Hälfte jetzt noch nicht mehr hey Junge ich dachte eigentlich ich bin gegangen wow ja aber da war nicht so viel scheiße alter Händler wie wir einfach hier auch nicht machen guck mal da hinten ist noch Eisen da wo hinten in die Ecke in der Ecke in die Ecke wollen wir ein Haus komplett aus Obsidian machen nein ne nur aus äh Diamanten Blöcke genau das werden wir machen ha so wird es aussehen Alter Junge manchmal Eisen ja das kriegen wir aber nicht ja komm lass das hier Junge was ist das denn hier für eine scheiße alter Wien Junge das ist so ja 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 da ich hinter dir so ist es ja ich kann ihn abbauen ja ich kann ihn abbauen stimmt du bist ja zu laxig ha genau das genau das bin ich Alter Kohl 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 ist schon geil okay so so wo bist du Dammgott ja hier unten ich bin am Kohlefarm aber ich glaube ich weiß nicht wo bist du hier unten ah also ich bin hier will ich jetzt noch Lappus Lappsli bei mir hier hinten geil und hier geht es auch noch weiter wo denn jetzt Lappus Alter wie viel hier einfach sind das Diamanten oh scheiße jetzt weiß ich nicht mehr von wo ich kam oder sind das Diamanten das sind Diamanten oder ne ne gut mach uns keinen Zypus mehr so ne so traurig ne guck mal hier war Luca glaube ich schon also bei äh Lass mal hier oben hier oben ging es noch weiter Leute du musst ein bisschen lauter sprechen glaube ich mal okay aber was sind das hier die haben wir ja ne das ist halt auch wieder Lappus Mann Mann oh Eisen ah Eisen übersieht man leicht meistens Problem mit diesem Textepec wenn es dunkel ist leicht ich hab 45 Eisen denkst uns Zeug nice ja ich hab Alter ich hab 4 1 halb Stacks Kohle nice oh das Alter da ist so ein Zombie mit Rüstung oh Gott ne das ist ein Creeper oder das ist ne das ist ein Zombie ne das ist ein Zombie auf jeden Fall ne das ist ein normaler Zombie ne das ist ein normaler Zombie dem Döding Junge wie er kassiert ja oder ey der hat den Keim gedruckt kannst du dir gönnen dann bist du der King ja ja wo ist denn er warte wir schmeißen den zu hm ich bin der King mhm so Alter will ich erstmal nach hier oben gehen Alter wo seid ihr jetzt ich muss euch mal jetzt wieder finden oh Junge Alter was geht hier ab Alter ich fahr mal lieber die Dings wieder oah los guck mal auf der Karte bin ich weit weg aber ich hab ja eine Karte stimmt oh ich bin verdammt weit weg von euch Alter feier dich irgendwie so so dem Döding ich ist ganz Zuckerworte Alter nice schon einst der Geil sind auch nochmal ah ich sehe euch jetzt soll ich Gold mitnehmen ich weiß nicht ja klar wir wollten doch das Rathaus dann benutzen ja weiß ich doch weil wir nicht da rüberkommt der Lachs da oben geht es nochmal lang so ich hoffe mal ihr nehmt immer schön die Kohle mit meine Freunde ja feier dich Alter Level 23 schon wieder ich glaube ich bin mit Level irgendwie 10 hier reingegangen oder so obwohl ja doch ungefähr ich hab ja verzaubert ja Alter ja ich bin Level 17 skilig 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 ey da ist ja dem gut dem gutig sieg's irgendwo ja bestimmt hier waren wir schon mal ja ja oh kurz jucken ey komm mal zu mir hier gehts lang weiter wo bist du ah da ah da ist Ralf und Mareg ist dann dementsprechend da oben ja komm mal mit Ralf hier oben gehts lang glaube ich warte wo ist Mareg wo ist denn der Fischmensch da da hier oben gehts lang ja ich bin über dir hallo Mareg gut am Cola aber da hinten gehts aber auch noch lang oh ne oh scheiße Junge 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 Alter wer wirf'n hier dieses Dings da Bums ähm ich mach mit Boden Bogen ich auch meiner ich hab keinen dabei ha gut ey wie lange dauert das denn noch 19 Sekunden nervt mich mal ich stell mich irgendwo in der Ecke alter ich muss erst wieder regenerieren ey Junge wie lange dauert das 6 5 5 4 3 3 3 oh ok so alter sorry aber ich muss kurz mal verweilen ich geh mal einfach ah voll ich ah Kohle juhu gut gehen wir hier lang ne warte ich geh kurz hier lang ich glaub der ist nicht so groß 25 Kohle ok ne Kohle hab ich äh hab ich 1 2 3 4 4 Stacks und 39 jetzt 40 also ungefähr 5 Stacks kannst du mit rechnen ich hab anderthalb oh Creeper Creeper oh ey Lukas du kannst du mir ein paar Packen geben ich hab keiner mehr ja warte ich kann dir Sticks geben aber sonst auch nicht mehr ja ok ja warte naja crafty davon einfach ein paar Sticks ja ich bewerf dich mit Holz alter nice also ja wie findet man denn eigentlich Holzkohle ähm musst du wenn du wenn du Baumstämme mit dem normalen Holz glaube ich im Ofen machst weißt ja 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 Loris ja Junge fick doch mal die Hände wie groß ist denn die scheiß Höhle guck dir das doch mal an ja ach was guck mal hier zu mir ja was ja gleich gleich muss noch kurz die Kohle alter Junge wenn wir hier Alter Junge das wo guck dir das nicht mal an Junge alter Junge guck mal hier hoch alter es ist so krank weil ich gehe mal hier lang gehst du unten lang alter was nee oh scheiße ist gelitten Eli wo bist du ja ich hab's hier ah ja wo sind dieses scheiß Ding sind wir noch auf dem höchsten Kammer hä wo ist denn dieses Kackding ist genau über mir ja na klar ja ok ja ok eins ist da auf der Oma auch ich will mal wissen wie es ist alter Leute das nicht dass er hier noch Stress macht muss man Nahrung zu mir nehmen hab ich da gerade verrottetes Fleisch bekommen nimmst du die Kohle damit Marke dann nehme ich die hier mit alter hier ist auf jeden Fall ein Spawner glaube ich oh du fette Sau alter was fällt dir dann immer wieder runter Alter Mann ey sehr ehrlich und meine Freunde ich würde sagen wir müssen dann jetzt langsam mal wieder die Folge beenden wie hoffe sie hat euch gefallen last konstruktive Kritikter und wartet dann guck ich hier nochmal kurz alter wer weiß vielleicht haben wir eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Diamanten obwohl ich würde sagen in dieser großen Hölle haben wir sogar eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit nochmal Diamanten zu finden wir hoffen die Folge hat euch gefallen lasst konstruktive Kritikter und dann haut da rein ciao ciao